Hallo zusammen und willkommen auf dem Larko YouTube Kanal zu einer neuen Folge, einem neuen Talk über unsere Larko Uhren. Auch heute sprechen wir über die Fliegeruhren und wer auf den Look vergangener Zeiten steht und trotzdem die ein oder anderen modernen Ansprüche noch unterbringen möchte, der kann das gerne tun und zwar mit den Fliegeruhr Basismodellen. Mehr dazu gibt es nach dem Intro. Der Platz auf der Couch neben mir ist besetzt. Ich habe heute Dario Laurin Bär aus dem Larko Marketing Team bei mir. Hallo Dario, schön, dass du da bist. Hi zusammen. Wir sprechen heute über die Fliegeruhr Basismodelle. Bevor wir allerdings dazu kommen, wollen wir unsere neuen Zuschauer da draußen abholen, die vielleicht mit dem Begriff Fliegeruhr noch nicht so viel mit anfangen können. Genau, also bei Fliegeruhren handelt es sich um eine ganz spezielle Kategorie von Uhren. Wir haben zwei verschiedene Modellarten mit zwei verschiedenen Ziffernblättern, das A- und das B-Ziffernblatt. Das erklären wir nachher auch noch mal ganz kurz für die Zuschauer. Und ja, die Uhren wurden, wie schon der Name sagt, in den Flugzeugen getragen und hauptsächlich aber nicht von den Piloten selber, sondern von den Navigatoren, die die Uhren brauchten, um ganz präzise Berechnung von der Positionsbestimmung eben auszurechnen oder auch die Zeitmessung. Genau, damals gab es noch keine digitalen Anzeigen. Man hat nicht aufs Handy blicken können, um zu schauen, wie viel Uhr es gerade ist. Und dafür waren eben diese Fliegeruhren, damals auch noch Beobachtungsuhren genannt, da. Auch heute stellt Larko noch authentische Nachbauten des Originals von damals her. Das Video dazu verlinke ich euch einmal hier, da könnt ihr dann gerne vorbeischauen. Heute sprechen wir über die Basismodelle. Was können wir uns denn darunter vorstellen genau? Unter der Basismodellreihe baut Larko quasi eine Einstiegsserie in die Welt der mechanischen Fliegeruhren. Wir haben auch in der Basismodellreihe wieder diese typischen Fliegermerkmale, wie die zwei verschiedenen Ziffernblattvarianten oder die Nieten an den Lederbändern. Alles, was halt an die alten Fliegeruhren erinnert, aber in einem Gehäuse, das ja ein bisschen einen moderneren Touch hat. Und für Leute, die sich gerade erst an das Thema mechanische Uhren an sich vielleicht oder dann an Fliegeruhren rantrauen oder rantasten, genau das Richtige ist. Du hast uns aus Pforzheim aus der Produktionsstätte ganz viele Uhren mitgebracht, Dario. Darunter die zwei Grundmodelle Augsburg und Aachen. Die schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Sehr gerne. Zwei verschiedene Blattvarianten, wie gerade schon erwähnt. Richtig, genau. Wir haben einmal die Augsburg. Hier ist ein 42 Millimeter Durchmesser mit der, wie man es halt kennt von den typischen Uhren, sag ich jetzt mal mit der Stundenskala außen. Wir haben ein mattschwarzes Zifferblatt. Und die Ziffer und Indizes sind belegt mit Superluminova. Das heißt, die leuchtet auch richtig gut im Dunkeln. Wir haben das Larko-Logo auf 12 Uhr, gleich unter dem typischen Flieger-Dreieck mit den zwei Punkten. Und unten auf 6 Uhr, wie du siehst, den Made in Germany Schriftzug, weil auf die Basisflieger werden wie alle anderen Larko-Uhren auch bei uns in Pforzheim, Made in Germany, hergestellt. Und bei dem B-Zifferblatt, bei der Aachen, auch hier in 42, haben wir dieses typische B-Uhren-Zifferblatt. Das, was man so kennt von den historischen Bildern, was die Navigatoren eben getragen haben. Die Besonderheit ist, dass der Stundenring in die Mitte gerückt ist, weil der nicht ganz so wichtig war, sondern hier ist wirklich die Minuterie im Fokus, die hier außen liegend ist. Und auch hier ein mattschwarzes Zifferblatt mit Superluminova, weil halt die Ablesbarkeit auch sehr wichtig war damals. Und heute Larko auch immer noch für hohe Ablesbarkeit steht. Also da auch nochmal ganz, ganz viel Zeitgeschichte, die festgehalten worden ist. Bei den Zifferblättern gibt es aber noch zwei andere Blattvarianten. Einmal die Blaue Stunde und Neapel und Palermo mit der orangenen Farbe. Genau, also die Blaue Stunde habe ich jetzt auch gerade am Handgelenk hier mit Zifferblatt A. Da siehst du schon Blaue Stunde, weil das Zifferblatt, je nachdem die Spiegelung vom Licht ist, richtig schön blau Sonnenschliff reflektiert. Finde ich persönlich mega cool. Auch der Gedanke dahinter, dass die Blaue Stunde ist nach Sonnenuntergang, wo sich der Himmel so richtig in tiefes Blau färbt. Und dadurch, dass die Piloten ja viel näher am Himmel sind und den Horizont noch weiter sehen, haben wir uns davon inspirieren lassen. Bei Neapel Palermo gibt es auch, wie gesagt, Zifferblatt A und B. Und hat die orangefarbenen Akzente auch Superluminoba. Das heißt, die orangenen Ziffern und Indizes leuchten auch im Dunkeln. Ist auch mega cool, dieser Farbakzent. Und ist inspiriert von den Orangenhaien in Italien, was auch so ein bisschen einen verträumten Charakter hat. Und einfach auch was Besonderes. Das passt auch mega cool zu, weiß ich nicht, einer schwarzen Jeans oder so. Macht das Ganze nochmal jünger, alltagstauglich und moderner. Genau, variabel einfach. Man hat viele verschiedene Möglichkeiten, bei den Basisfliegern zu wählen, was einem halt gerade gefällt. Spätestens jetzt fällt auf, dass die Uhren nach Städten benannt worden sind. Auch da hat Larko sich was gedacht. Die Städtenamen rühren daher, dass wir irgendwann auf die Idee gekommen sind, okay, es gibt ja viele große Flughäfen bei bekannten Städten. Und ja, so sind wir dann quasi gekommen. Augsburg, Aachen zum Beispiel hier ganz präsent bei der Basismodellreihe. Von der Namensgebung kommen wir nun zu der Uhr an meinem Handgelenk. Ich habe hier ein gebürstetes Gehäuse. Ist der Standard bei den Fliegeruhrbasismodellen, oder? Also bei den typischen Uhren Augsburg, Aachen haben wir dieses gebürstete Edelstahlgehäuse, was schon sehr populär ist. Die Ausnahme bilden dann die perlgestrahlten Gehäuse, wie zum Beispiel bei meiner blauen Stunde. Das heißt, die Uhr ist matter und hat so einen silbernen Finish, was auch was ganz Elegantes hat und was Besonderes. Und dann als dritte Möglichkeit haben wir auch noch die schwarzen PVD-beschichteten Edelstahlgehäuse, zum Beispiel Altenburg und Bielefeld. Die sind dann komplett matt-schwarz beschichtet. Also da auch nochmal eine große Auswahlmöglichkeit für jeden was dabei. Auch bei den Durchmessergrößen können wir wählen? Ja, zwischen 39 mm und 42 mm. Also du hast ja die 39er für ein bisschen kleinere Handgelenke. Und genau dann die 42er. Kommt auch nochmal ein bisschen aufs Zifferblatt drauf an. Und das B wirkt natürlich ein bisschen kompakter, weil weniger freie Fläche da ist. Und das A-Zifferblatt halt eben noch ein bisschen weiter. An dieser Stelle nochmal auf den Larko-Größenberater hinzuweisen. Der ein oder andere wird sich da draußen vielleicht unsicher sein bei der Wahl des Durchmessers. Also schaut da gerne auf unserer Webseite vorbei. Ansonsten gibt es ja noch andere Möglichkeiten. Ja, genau. Also man kann sich, wie gesagt, entweder auf der Website den Größenberater anschauen oder auch auf der Website eine Händlerliste raussuchen, welcher Händler in der Nähe ist und da die Uhren anprobieren oder auch bei uns im Fotzheim direkt im Showroom vorbeischauen. Oder auch auf den Messen, auf denen wir regelmäßig unterwegs sind. Genau, ja. Kommen wir nun zurück zur Uhr. Wir haben hier das Saphir-Glas. Genau, das ist auch bei der Basismodellreihe, wie bei allen anderen Larko-Uhren, auch Saphir-Glas verbaut. Und genau, auf der Rückseite auch. Mein persönliches Highlight übrigens, der Glasboden mit Blick auf Rotor. Genau. Durch den Glasboden schauen wir aufs Uhrwerk. Was lässt sich dazu sagen, Dario? In den Larko-Basisfliegern sind ausschließlich Automatikwerke verbaut von der Firma Miota. Wir haben einen Sekundenstopp drin. Das heißt, wenn man die Krone rauszieht, um die Uhr einzustellen, bleibt der Sekundenzeiger stehen. Das heißt, man kann noch präziser die Uhrzeit einstellen, was natürlich auch wichtig ist. Und ein großer Punkt von Larko, die Ablesbarkeit und die Präzision. Standardmäßig bei den Uhrwerken ist eine Gangreserve von 42 Stunden. Man kann das Ganze aber auch noch upgraden auf über 60 Stunden Gangreserve. Das ist dann das Larko 31. Das kann man im Shop dann ganz einfach machen oder beim Juwelier sagen. Eine große Auswahl haben wir auch bei den Armbändern. Wir haben zum Beispiel das Lederarmband, was früher typisch war in den 40er Jahren. einmal die Metallbänder und Textilarmbänder. Das schlichte Braune mit den zwei Nieten passt halt zu den Fliegerohren, wie du schon gesagt hast, von früher am besten. Was so authentisch ist auch mit den zwei Ziernieten. Also die gehen nicht durch, aber gehören halt zu den Fliegerohren dazu, weil die halt wirklich früher angenietet worden sind. Wir haben dann auch bei den Palermo und Neapel haben wir Lederbänder dann halt in schwarz mit der orangenen Ziernaht, was zum Ziffernblatt passt. Aber auch auf der Website noch ganz viele andere Auswahlmöglichkeiten an verschiedenen Bändern, die man sich dann auch als Kunde aussuchen kann. Wir haben zusätzlich dann, wie du schon gesagt hast, die Metallbänder. Die verleihen der Uhr dann halt noch so ein bisschen einen sportlicheren Charakter. Und die Textilbänder, wie ich jetzt gerade in meiner blauen Stunde habe, so ein Durchzugsband in so blau-grau, was auch gut passt zu dem Gehäuse und dem blauen Zifferblatt. Das heißt, wir können je nach Armband auch einen anderen Look kreieren. Mal sportlich, mal schick, elegant. Da ist für jeden was dabei. Was ist denn deine Lieblingskombi eigentlich? Also meine Lieblingskombi ist auf jeden Fall die blaue Stunde wegen dem Zifferblatt. Und entweder an dem Textilband, was halt so ein bisschen sportlicher ist, auch mit Hemd oder so passt. Das finde ich ganz gut, was so ein bisschen lockerer ist. oder auch das Stahlband zu der blauen Stunde, was im gleichen gestrahlten Finish ist wie das Gehäuse, was halt auch mega cool rauskommt, finde ich, wenn man es auch so gegen das Licht hält. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Wer seine Uhr personalisieren mag, der kann das auch gerne machen. Bis zu drei Gravuren sind möglich. Seitlich, auf dem Boden und auf dem Rotor, oder? Ja, genau. Also die seitliche Flanke ist frei. Die kann man auch gravieren lassen. Auf dem Gehäuseboden ist auch Platz. Oder wer es halt auch auf dem Uhrwerk mag, der kann auch den Rotor von uns gravieren lassen. Gibt es da noch andere Individualisierungen, die möglich sind? Ja, also wir haben zum einen die Möglichkeit, dass wir ein doppelt entspiegeltes Saphirglas verbauen. Weil es halt mag, dass es weniger Reflektionen gibt. Gerade auch bei dem blauen Ziffernblatt mit dem Sonnenschliff. Ja, es kommt das Dunkelblau noch ein bisschen mehr raus. Finde ich auch mega cool. Wir haben, wie vorhin schon erwähnt, das Upgrade von Laco 21 auf Laco 31 mit der höheren Gangreserve und der Verzierung auf dem Uhrwerk. Und natürlich dann die recht vielen Bandvarianten, womit man sich die Uhr auch individualisieren kann oder personalisieren kann. Also ganz viele Möglichkeiten, die sich da kombinieren lassen. Genau. Und die Uhr kommt in einer schicken, flachen Box zu uns nach Hause geliefert. Genau. Da ist sie auch schon. Da ist sie auch schon. Hat auch ein richtig schönes, angenehmes Feeling in der Hand. Wer die Laco DNA mit modernem Design verbinden möchte, der kann das gerne tun. Und zwar mit den Fliegeruhren Basismodellen. Wir sind auch schon am Ende angekommen. Schaut auf unserer Webseite vorbei. Vergesst auch nicht, unseren Newsletter zu abonnieren. Genau. Damit ihr keine neuen Uhrenmodelle mehr verpasst. Vor allem aber bei den Basisfliegern, die limitierten Editionen, die mehrmals im Jahr erscheinen. Genau. Und wenn ihr unseren Kanal abonniert, dann verpasst ihr auch nicht die anderen Videos. Falls noch mal Fragen auftauchen, gerne damit in die Kommentare. Ich bedanke mich, dass du da warst, Dario. Danke, dass ich dabei sein durfte. Sehr gerne. Und ich bedanke mich auch bei euch fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.